fahrzeug entkernen funkenflug und feuerlöschen gab es beim letzten mal dieses mal dreht sich alles um familienzuwachs aber welcher art seid gespannt zunächst einmal gilt es sich von den aufregenden letzten tagen ein bisschen zu erholen den chill modus einzuschalten bevor es wieder zum nächsten geht das ist mein schatz wir machen heute großes abschieds essen für die belgische familie ich habe auch kein viel an schatz gefunden aber ich verrate noch nicht was für einen er ist wieder nervös aber heute werden wir ob es sich bei dem schatz um unseren familienzuwachs wohl handelt wer weiß zunächst einmal gilt es ein abschieds essen für zehn mann zu organisieren denn unsere strandkommune löst sich auf jeder geht wieder seines eigenen weges reisende treffen sich reisende trennen sich eine bindung bleibt für uns geht es weiter gehen besten wir verlassen nicht nur liebgewonnen neue freunde sondern auch die katzen des platzes die sich in unsere herzen geschlichen haben somit scheiden diese als neue familienmitglieder auch aus auf dem lokalen wochenmarkt decken wir uns mit allem notwendigen für die nächsten tage ein die jeans ist es nicht geworden aber alles andere gab es bedeutet für uns zehn tage wunderbare freiheit mit freunden am strand für andere harte arbeit freiland erdbeeren und bananen anbau mitten im november wir sind wieder unterwegs zehn tage haben das auf dem campingplatz ausgehalten aufgrund von netter gesellschaft schönem wetter schönem wasser lässt sich auch schlechter leben als am 10 november ins meer zu gehen wir kommen in den speckgürtel von alanya wo wir wieder mal einen wunderbaren übernachtungsplatz mit einweisung auf dem lokalen picknick areal der stadt bekommen verträumt klettern sie über die steine am meer dem sonnenuntergang entgegen unsere pausenzeit in anamur hat uns neue kraft gegeben mit dem neuen ziel der verschiffung nach südafrika hat es uns auch wieder eine neue zielstrebigkeit gegeben also geht es weiter durch zu verlanden wir in einer der deutschen touristen hochburgen der türkei wir wurden eher durch diesen kleinen frosch angezogen wir sind in siede angekommen und wollen jetzt eigentlich nur frühstücken und hier ist jetzt ein schöner stellplatz direkt fast direkt am passag tatsächlich sehr guten platz gefunden hier spricht man deutsch jetzt kann ich euch mal so einen richtigen zugs echt typischen bazar zeigen ein stück 15 euro zwei stück die sind einfach der zeit voraus die sind schon in der eu neben der fähigkeit sich in so einem turi hotspot wegbeamen zu können ist es auch wichtig dass man in der lage ist ein schutzschild um sich um zu haben damit man die ganzen woher kommst du bist du deutsch was brauchst du was willst du was alles günstig kriegst du viel günstig aber hier muss man auch sehen wir laufen jetzt ein paar alten steinen vorbei wir werden auch sofort immer als deutsche erkannt weil ich glaube 60 prozent ist deutscher tourismus hier ich bin komplett verkleidet wie ein ami mit meiner tucker cap ich kann gar keine erkennen normalerweise wird ja der deutsche am schuhwerk erkannt sandalen und socken aber wir toppen das natürlich wir sind noch komischer zu unserer entschuldigung sei vielleicht kurz gesagt es ist ein relativ schneller und harter schnitt zwischen der tiefen einsamkeit von ost anatolien und jetzt hier an die küste von siede zu kommen es ist nicht ganz einfach zu verkraften die verschmelzung antiker hochkulturen mit heutigem massentourismus überrascht uns extremst positiv und wir wandeln auf alten faden wenn der man morgens laufen geht und einen neuen stellplatz findet geht auch schlechter die alten steine in siede lassen uns nicht los und wir erkundigen sie weiter hier ist jetzt schön ein prähistorisches telefon zu sehen man ist hergegangen hat diesen deckel hochgehoben und habe dann in die unterirdischen röhren einfach hinein gerufen jetzt ist es ein halbes portionchen endlich 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 ein pausenplatz gefunden ich habe einen versammlungsplatz gefunden wir versammeln uns und beschließen dass uns jede gut gefällt und mit diesem traumhaften sonnenuntergang verändert sich unser leben wenn man in der fernen türkei überlegt ein auto zu kaufen im world world web ist ein fahrzeug aufgetaucht welches doch für uns auch erreichbar ist und die grundsatz diskussion immer wieder aufwirft welches fahrzeug ist das bessere für den großraum südliches afrika unsere perfekte leila unser zuhause oder eben doch wieder etwas kleiner schmaler leichter für die afrikanischen pisten hier kommt mal wieder die kamera assistenten hinterher gedackelt wie der zufall es so will treffen wir bei der ausfahrt aus siede auf andere reisende mit denen wir einen abend lang kontrovers diskutieren können was besser ist groß oder kleines reisefahrzeug ergebnisse gibt es selbstverständlich keine oder einfach nur voller neue energien manchmal klärt sich aber schocktherapie irgendetwas es geht auf jeden fall weiter und sowie leila um dieses fahrzeug herumkreist so kreisen unsere gedanken auch um ein ähnliches fahrzeug es handelt sich um einen toyota landcruiser hzj toyota oder leila toyota oder leila so oder ähnlich werden die gedanken aussehen die rennes kopf rumgehen doch mal ganz ehrlich die stadt kann gar nichts dafür aber wir nehmen nicht wirklich viel wahr weil die entscheidungen bei uns im kopf hin und her hüpfen er durch zufall da wir einen nachtplatz suchen müssen nehmen wir einen abzweig der hauptstraße nach unten in richtung mehr und landen in zerali die ehemals illegal errichtete siedlung war in den 50er 60er jahren hoch hoch der hippikultur und liegt an einem zwei kilometer langen sand wiesstrand gemisch welches schutzzode der karetta karetta wasserschildkröte ist und vom bwf geschützt wird eine weitere besonderheit an diesem ort den wir durch zufall entdeckt haben ist der ausgangspunkt der zum besuch ist der chimera dort kommt feuer aus dem boden nach einem morgendlichen kleinen nachbarschaftsschwatz ziehen wir jetzt los jetzt gehen wir sogar mal einen teil des lucianways des lykölischen wanderweges er ist schon voraus der wartet nicht auf mich und ich rede natürlich wieder quatsch verbessere mich selber ich alte klugscheißer rennt es ist der lückische weg und alpenfeilchen im november hier lächle ich noch weil wir wollen ja eigentlich nur einen kurzen spaziergang in die nachbarbucht machen laut unserem navigationsgerät sind es nur drei kilometer knapp aber es geht ganz schön hoch und runter und lässt uns bei einem halben liter wasser dabei ganz schön aus der puste kommen das ist unser ziel ziel erreicht und so erhitzt wie wir sind lässt es sich auch leichtfertig in die fluten stürzen bevor es dann irgendwann wieder zurückgeht das frühstück wartet immerhin noch auf uns und wie findest du jetzt eigentlich unseren kleinen vor dem frühstück morgen wort was geschwitzt ich habe hunger wir tun die knie weh aber es ist schön und wir haben natürlich für den anfänger fehler schlechthin gemacht doch da sehen wir unseren rettungsanker leila wir sind wieder ebenerdig meine beine sind zumindestens gummi und das ist kurz vor 13 uhr doch eine gute zeit und zu frühstücken doch zuerst wird der schweiß der anstrengung abgewaschen bevor ich mich ans frühstück machen mache kennt ihr das mit einem neuen ziel vor augen wird man wieder zielstrebiger und fährt wieder mehr nach ein paar tagen der ruhe in zerali und der überlegung was ist gut und was ist besser kleines auto großes auto zieht es uns weiter wir fahren über die berge in richtung kam luca und meine kamera frau liebt das wandern für kemper ein riesengroßer weiterer pluspunkt in der türkei findet man überall wasser und so sind wir vollgetankt an unserem nächsten traumstrand es ist vollbracht wir haben ein neues auto kaufen lassen durch unseren sohn unsere leila im hintergrund deswegen mache ich das ein bisschen entfernt darfst nicht hören weil die es bestimmt beleidigt sonst bringen sie uns nicht nach hause die wird ja nur geschont wir sind am überlegen das auto dann als afrika auto zu nutzen welches wir im januar verschiffen und das ist natürlich mal wieder ein toyota also ich trinke jetzt hier ein gin tonic mittags um vier das wird jetzt alles neu im dezember mal kurz die karten neu gemischt und dann geht wieder weiter wow wir haben es getan wir sind crazy erstmal füße hoch legen das ganze verarbeiten herzlich willkommen lieber toyota in unserer familie warum wieso weshalb folgt beim nächsten mal bis dann